Ja, tatsächlich gibt es jetzt auch limitiertes Sandwich-Toast und zwar von Golden Toast, die Weihnachtsedition Apfelzimt. Ich habe es vor einiger Zeit auf Instagram gesehen und ich war hin und weg und in diesem Test schauen wir es uns mal gemeinsam an, ob das ganze Dingen auch schmeckt oder ob das ganze nur ein winterlich schöner Marketing-Gag ist. Film ab und viel Spaß für euch. Tag auch, seid schön gegrüßt, herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wie gesagt, ich habe vor einiger Zeit auf Instagram, da sieht man meistens die Food News, zumindest ich, habe ich dieses Golden Toast in der limitierten Apfelzimt-Sandwich-Edition entdeckt. Es gibt auch verschiedenes Design der Packung, es gibt drei verschiedene, deswegen wenn ihr nach dieser Packung schaut, es gibt noch drei andere Editionen, es muss nicht unbedingt genauso aussehen mit diesem wunderschönen Haus im Schnee und das erinnert mich an meine Bettwäsche, meine Bettwäsche sieht genauso aus. Ich habe so eine Bettwäsche, da ist so eine Winterlandschaft drauf, da steht das Häuschen in so einer Hütte, ich glaube der Mond scheint, das ist richtig schön, so richtig schön kitschig, winterlich, weihnachtlich. Und genauso sieht dann jetzt eben auch dieses Golden Toast aus, welches da wie gesagt neu ist und limitiert und mit der Sorte Apfelzimt daherkommt. Sprich, es ist so ein Sandwich-Toast mit Geschmack. Und was genau drin steckt, das gucken wir uns vielleicht mal an, wenn wir es hier umdrehen. Und dann überlegen wir auch mal so ein bisschen, was kann man damit machen halt auch. Da habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt. Okay, wir können auch noch ein bisschen eine winterliche Geschichte hören. Golden Toast kam das erste Mal 1963 mit dem Klassiker Toast in die deutschen Haushalte. Seitdem steht Golden Toast für einzigartigen Geschmack, ein abwechslungsreiches Sortiment und höchste Qualität. Ja, die moderne Brot- und Backwaren spezialisiert von Golden Toast, modern werden nur aus ausgewählten Zutaten mit Sofa und Sorge, okay, bla 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 steht überall drauf. So, das Apfelzimt-Sandwich von Golden Toast wird mit saftigen Apfelstückchen und einer leichten Zimtnote verfeinert und erhält dadurch seinen unverwechselbaren Geschmack. Das ideale Sandwich für leckere Snacks. Okay, klingt schon mal geil. Hier sieht man, was übrigens drin ist und das ist so ähnlich wie auch bei normalem Sandwich-Toast. Die haben ein bisschen weniger Kalorien, haben auch meistens außer Butter-Toast. Ja, vielleicht kommt schon Sinn. Hier ist aber ein bisschen Zucker drin, das kommt halt auch dazu. Und ja, aber ist jetzt nicht irgendwie so ein Kuchen oder so. Es bleibt schon irgendwo ein Sandwich-Toast. Weizmüll ist drin, Wasser, Weizensauerteig, 8% getrocknete Apfelstückchen, Zucker, Rapsöl ist auch drin. Schade, dass sie hier keine Butter genommen haben. Das wäre natürlich viel, viel besser gewesen, gerade bei so Butter-Toast. Ich meine, es ist jetzt kein Butter-Toast, aber warum Öl nehmen, finde ich echt schade. Hefe, Salz, Aroma, Zimt ist aber auch drin. Ungeöffnet mindestens haltbar bist, bla bla bla. Ja, 10 Scheiben sind ungefähr drin. Und wir gucken sie uns jetzt mal genauer an. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Und man überlegt, ich habe überlegt, was kann ich damit machen? Am besten natürlich einfach mal tosten und pur probieren. Man kann sicherlich auch weich essen, so als Sandwich, dann einfach sich so Frischkäse drauf machen. Ich finde nur, man darf jetzt nichts sehr intensiv anderes drauf machen, wie es mal wegen Nutella. Dann würde Apfel, Zimt komplett verloren gehen. Deswegen eher so Frischkäse vielleicht drauf, Butter und sowas ähnliches werde ich jetzt gleich auch ausprobieren. Ich nehme jetzt mal nicht die oberste Scheibe, weil die meistens immer so abgerundet ist. Seht ihr das? Das sieht dann immer so doof aus. Hier haben wir die normale Scheibe. Und so sieht dieses Toast jetzt aus. Hier haben wir so wirklich Apfelstückchen drin. Und ansonsten sieht es halt einfach aus wie Toast. Also Zimt rieche ich jetzt absolut null auf gut Deutsch. Ich rieche so ein bisschen die Apfelstückchen, wenn ich dran rieche. Also Zimt ist nicht da. Vielleicht intensiviert sich das Ganze ein bisschen, wenn es getoastet wird. Ich bin gerade so ein bisschen verwundert, dass es recht trocken ist. Ihr kennt diese American Sandwiches. Die sind richtig schön soft, so ganz weich. Das hier ist nicht ansatzweise so soft. Das ist eher schon so ein bisschen. Wenn ich es jetzt ungetoastet essen würde, wäre mir das schon zu hart. Also ich mag das wirklich, wenn das ganz soft ist. Das ist hier nicht so. Das ist jetzt hier sicherlich auch nicht eine Montagsscheibe. Je weiter runter man geht, desto weicher man geht. Ja, die werden noch ein bisschen weicher unten. Nee, obwohl, nee, doch nicht. Also es ist irgendwie recht trocken oder fest, lass es mich so ausdrücken, wenn man es jetzt neutral ausdrücken will. Aber ich finde, es könnte wirklich viel weicher sein, weil so persönlich mag ich das nicht, wenn man es nicht toastet. Aber es ist ja auch Toast und deswegen packe ich das jetzt mal in den Toaster. So, hier jetzt das Golden Toast, goldig getoastet. Es hat jetzt natürlich die typischen Röstaromen, wenn man dran riecht. Aber von Zimt bekomme ich immer noch absolut null mit. Und ich frage mich gerade, warum ich mir die komische Frage stelle, wie man es essen kann, wobei es schon berechtigt ist. Es ist das gleiche Problem wie bei Rosinenstuten. Rosinenstuten ist auch geiles Zeugs. Und da muss man auch mal überlegen, ob man sich den geilen Geschmack von weichem Brot und meistens mit Butter und nicht blödem Rapsöl und Rosinen, ob man sich den irgendwie versaut, wenn man da jetzt, ja, was weiß ich, Nutella drauf macht. Ich finde, da gehört auch sowas da nicht drauf, sondern einfach nur irgendwie, ja, keine Ahnung, Butter halt, am besten, im Idealfall. So, und jetzt gucken wir uns aber mal dieses Toast hier erstmal genauer an, wie das denn schmeckt. Ich bin jetzt schon sehr gespannt. Ich habe hier jetzt mal besorgt meinen liebsten Frühstücksaufstrich, Ricotta. Ich muss mal kurz ein Foto machen. Ricotta und auch mal ein bisschen Butter geholt. Da ist zwar der letzte Nüsel drin, aber egal. Und jetzt werde ich mir das hier mal... So, also knusprig ist er natürlich. Ich muss wirklich sagen, ich finde es richtig, richtig schade. Hier ist nicht mehr viel drin. Ich finde es richtig, richtig schade, dass der so recht feste jetzt war. Er ist auch noch lange haltbar. Es ist nicht so, dass der jetzt irgendwie bald abläuft oder so. Sprich, dass er dadurch fester wird, weil je länger Toast natürlich draußen ist oder je länger er produziert ist, desto mehr Feuchtigkeit verliert er natürlich. Egal, ich probiere das jetzt mal. Wie gesagt, Zimtnote bisher absolut nicht wahrnehmbar. Nein. Auf jeden Fall schon mal schön knusprig. Wenn man so ein Apfelstückchen hat, leicht säuerliche Note. Aber es dominiert eher der Toastgeschmack. Und es schmeckt, also das Toast schmeckt. Ich finde aber, dass hier wirklich auch sehr, sehr stark der Fokus auf Toast liegt und weniger auf Apfelzimt. Vor allem nicht auf Zimt, sondern wenn überhaupt eher auf Apfel. Wie gesagt, Zimt merke ich jetzt auch beim Schmecken nichts großartig von. Ich probiere es jetzt auch nochmal pur hier. Nö, also tut mir leid. Ja, ist kein Zimt drin. Oder wenn so wenig, dass ich es nicht mitbekomme. Jetzt gebe ich mir hier nochmal so ein Stückchen mit Ricotta. Also knusprig ist es, aber knusprig wird auch das billigste Toast. Das hat jetzt nichts mit Golden Toast zu tun. Ricotta immer schön gönnen. Immer gut drauf. Das ist lecker. Das liegt aber daran, dass wir Toast haben, sprich Weizenmehl. Und das liegt daran, dass wir Ricotta haben, beziehungsweise ich drauf gemacht habe. Das liegt nicht daran, dass Zimt drin ist oder Apfel. Ich finde, die beiden Sachen gehen noch eher wirklich in den Hintergrund. Wie gesagt, von den Äpfeln kriegt man schon ein bisschen was mit. Aber wenn man sich jetzt auch mal anguckt, wie viel Apfel denn drin ist, ist das jetzt auch nicht so ein Erlebnis wie Rosinen in Rosinenstuten. Sondern die Äpfel sind hier wirklich eher eine nette Dreingabe. Ich finde, haben aber wirklich wenig Einfluss auf den Geschmack. Ja, also ich bin recht enttäuscht, muss ich sagen. Das Einzige, was geil ist, ist die Packung. Die sieht einfach cool aus. Jetzt habe ich Bock darauf, dass sie schneit. Heute wird 23 Grad. Aber schade, da hätte man viel mehr raus machen können. Wie gesagt, absolut kein Zimt, Apfel, nur dezent. Schade. Vielleicht ist es auch Absicht gewesen, dass sie eben kein Produkt schaffen, was zu viel Apfel und Zimt ist, sodass man es eben nicht mehr mit diesen oder jenen Sachen essen kann. Aber hier würde ja jetzt trotzdem keiner mehr Wurst drauf machen. Also egal, wie wenig Zimt. Also gut, es gibt vielleicht Leute, die würden es doch machen. Aber versteht ihr, was ich meine? Vielleicht wollten sie es mit Absicht dezent halten, damit nicht zu viel Apfelzimt hervorkommt. Aber wenn so gut wie gar kein Zimt drin ist, sollte man es auch nicht draufschreiben. Und ich finde, das ist ziemlich enttäuschend gewesen, was Zimtgeschmack angeht. Und Apfel ist mir auch persönlich zu wenig. Ich hätte lieber so eine Art Rosinenstuten gehabt mit Apfelzimt. Also so, was man für sich pur essen kann. Das Golden Toast, Apfelzimt, leider nicht. Wenn es euch trotzdem reizt, probiert es gerne mal aus. Ich werde es nicht doch mal kaufen. Ja, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal bei Foodlove. Adieu und ciao.